so wir sitzen jetzt am wasser werden wir heute unsere nachtangeltur starten es ist wieder mega also wir halten uns dran das ist halt unser los was wir ziehen immer dann angeln fahren bei extreme ich habe dreck auf der hinse hänger oder der war ja nichts oder monsterfisch monsterfisch hat gesagt ich bleibe liegen und hat wieder ausgespuckt ich hoffe man kann das geile panorama so ein bisschen sehen aber ist ja auch erst mal richtig und kalt wir wollen mal gucken aber unverhofft blablabla 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 weil wir hatten damals auch das glück gehabt bei unserer letzten nachtangelsession dass wir normal rausziehen konnten und da haben wir aber zu grob gefischt und haben uns zur nummer fein entschieden da wollen wir mal gucken blablabla blablabla malzeit so ja es wird langsam dunkler ich habe jetzt bis jetzt erfolg gehabt mit der grundmontage ich habe schönes rotaugen gefangen schöne rotfeder war das ich habe schöne rotfeder gefangen ungefähr 15 zentimeter länge dann habe ich jetzt keine barbe gefangen habe ich selber gewundert überhaupt zehn zentimeter länger gehabt aber ein schöner und gesunder fisch auch direkt wieder released direkt wieder eingelassen da sind wir wieder an der fechte schön gemütlich den sonnenuntergang genießen schön herrlich warm heute noch was hell ist noch an seine dabei seine ruten auszubringen noch mal schauen ob heute was beißt und barsche aber noch nichts großes wir hoffen dass wir noch was großes kriegen mittlerweile ist es luster geworden und wir sind echt gespannt da geht es auch wieder ab tupf 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 aber leicht ja leute bei mir hat es geklingelt bachforelle heute geht es hier ab das ist nicht mehr normal geil normal geil so leute beim nachtbangeln eine bachforelle noch eine schöne so und der floh hat ein kaulbarsch na jetzt fällt mir der kleine ball wieder weg da krabbelt er selber aber hier geht es momentan eigentlich sehr geil ab bis sie sind trotzdem noch super alles aufgrund hauptsächlich mit der freilauf montage lassen wir den klein mal wieder schwimmen er hat ziemlich ruhig gehalten im prinzip mit der pose aber aufgrund da zappelt es und zappelt und zappelt und zappelt und zappelt das ist es auch schon so um die weisen öffelt und zappelt und zappelt das ist auch noch super alles aufgrund hauptsächlich mit der freilauf stage und das ist auch noch nicht schön wenn wir den kleinen runen haben Bis zum nächsten Mal.